Du nimmst die Pille, den Verhütungsring oder eine Hormonspirale und fragst dich jetzt vielleicht, erhöhe ich damit ein Krebsrisiko bei mir? Schlagwort Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutter-Schleimhautkrebs, Darmkrebs, all das besprechen wir heute in diesem Video. Ich erzähle dir evidenzbasiert und wissenschaftlich mit Studien hinterlegt, wo das Krebsrisiko vielleicht erhöht wird und wo es vielleicht auch gesenkt wird. Viel Spaß bei der Folge. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört. Ich habe es ja auch schon in einem Video besprochen. Die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren geht ja einher mit einem gewissen erhöhten Brustkrebsrisiko, wie ich in diesem Video hier auch erklärt habe. Dabei kommt es natürlich darauf an, welche Art Hormone man benutzt, wie lange man sie benutzt und wer sie überhaupt einnimmt. Wie ist das jetzt aber bei Pille und Co.? Fangen wir mal mit der Pille an. Hier muss man grundsätzlich nochmal sich in Erinnerung rufen, was für Arten von Pillen es gibt. Es gibt ja die kombinierten Pillen, also wo ein synthetisches, ein künstlich hergestelltes Östrogen drin ist, ein weibliches Hormon und auch ein Gestagen, ein künstliches Gelbkörperhormon. Das sind die sogenannten kombinierten Pillen. Bei den kombinierten Pillen ist die Studienlage super gut. Das ist viel untersucht. Gibt es ja auch schon seit vielen Jahrzehnten. Darunter zählt man auch den Vaginalring, der eben auch eine kombinierte Verhütungsmethode ist. Auch wenn er natürlich vaginal appliziert wird, gibt er trotzdem dieselben Hormone in den Kreislauf ab. Deswegen kann man den Vaginalring quasi mit der kombinierten Pille gut vergleichen. Daneben gibt es die sogenannten Mini-Pillen, die nur aus einem reinen Gelbkörperhormon bestehen, also einem sogenannten Gestagen. Das sind die sogenannten Gestagen-Monopillen. Hier ist die Datenlage nicht ganz so üppig, aber trotzdem kann man schon eine Aussage treffen. Dann gibt es noch reine Gestagen-Monopräparate, die aber quasi nicht geschluckt werden, sondern in die Gebärmutter eingeführt werden. Das sind sogenannte Hormonspiralen. Auch hier ist die Datenlage nicht super üppig, aber nichtsdestotrotz gibt es in den letzten Jahren immer mehr Aussagen, wo hier vielleicht ein Krebsrisiko erhöht ist oder nicht. Beginnen wir mit Brustkrebsrisiko. Was passiert, wenn ich die Pille einnehme mit meinem Brustkrebsrisiko? Wenn man hier in die Studien reinschaut, dann wird es etwas frustrieren, denn die einen Studien sagen, das Risiko kann geringgradig erhöht sein. Und die nächsten Studien sagen, es ist kein erhöhtes Risiko zu erwarten. Was machst du jetzt daraus, aus dieser Aussage, okay, die Pille wirkt ein geringgradiges oder kein Risiko, an Brustkrebs zu erkranken? Was bedeutet jetzt ein geringgradiges Risiko? Ist ja eine Frage, die jetzt quasi unter den Nägeln brennt, denn ich möchte ja wissen, wie hoch ist denn jetzt mein Risiko? Da gibt es eine schöne Studie aus Dänemark. Hier wurden 1,8 Millionen Däninnen untersucht und geschaut, was passiert mit dem Brustkrebsrisiko. Und es wurde detektiert, dass eine Frau unter 7700 Brustkrebs bekommen hat. Also kann man statistisch schon von einem geringgradigen Risiko ausgehen. Und die gelten vor allen Dingen für die kombinierten Präparate und auch die Hormonspirale, wie neueste Daten jetzt auch noch bestätigt haben. Was ist jetzt aber mit der Minipille? Nehmen ja auch viele stillende Frauen. Hier hat man gesehen, dass Levonorgestrel-haltige Pillen, das ist ein Wirkstoff, das Risiko erhöhen können. Andere Präparate, zum Beispiel mit Desogestrel oder Norethesteron erhöhen das Risiko nicht. Wenn du also eine Minipille einnimmst, solltest du mal auf die Verpackung gucken, welchen Wirkstoff du drin hast. Und wenn da Desogestrel zum Beispiel steht, dann kannst du noch beruhigter sein als eh schon. Hier müssen wir aber noch zwei Einschränkungen machen. Natürlich weißt du vielleicht auch, dass Brustkrebs ja auch genetisch bedingt sein kann. Wenn du also Genträgerin bist von diesen bekannten Genen, BRCA1 und 2 sind zum Beispiel die Schlagworte, dann solltest du hier doch vorsichtiger sein. Genau dasselbe gilt eben für Patientinnen, die schon Brustkrebs erkrankt sind. Auch wenn hier die Datenlage nicht eindeutig ist, gilt Safety First. Und deswegen würde man die hormonfreien Varianten doch eher bevorzugen. Kommen wir zum Eierstockkrebs. Das ist ja auch ein Krebs der Frau, der sehr heftig verlaufen kann. Wie ist es hier, wenn ich hormonhaltige Verhütungsmittel benutze? Und hier endlich mal eine positive Nachricht hast du vielleicht so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Du senkst tatsächlich dein Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken mit Einnahme von hormonellen Kontrazeptiva. Da sind sich die Studien einig. Es ist auch egal, ob es die kombinierte oder eben die Gestagen-Monopräparate sind. Das Risiko wird deutlich verringert. Das gilt quasi, solange du diese Präparate anwendest. Und man hat gesehen, der Effekt hält sogar 30 Jahre an. Also hier mal eine positive Nachricht. Dann kommen wir zum Gebärmutterhalskrebs. Das ist ja das, was wir jährlich quasi schauen mit dem Abstrich, ob es Gebärmutterhalskrebs gibt. Ja oder nein. Hier wieder eine negativere Nachricht. Wenn du hormonell verhütest, dann erhöhst du geringgradig dein Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Das haben neueste Studien gezeigt und ist jetzt auch in die Leitlinie eingeflossen. Also auch hier ist es erstmal egal, ob du kombinierte Präparate oder Gestagen-Monopräparate wählst. Auch hier ist es davon abhängig, wie lange du das Ganze anwendest. Und man hat auch gesehen, dass der Effekt leider auch langjährig danach noch anhält, dass du dein Risiko erhöht hast, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Also auch hier wichtig, nicht nur deswegen, aber vor allen Dingen auch wichtig, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Nicht nur, wenn du hormonell verhütest, aber vor allen Dingen dann. Dann wieder eine positive Nachricht. Wir wechseln uns hier immer schön ab. Der Gebärmutter-Schleimhautkrebs, also der Krebs in der Gebärmutterhöhle von der Schleimhaut ausgehend, das wird verringert, das Risiko daran zu erkranken, wenn du hormonelle Verhütungsmittel benutzt. Hier gibt es zwar keine randomisierte Studie, aber es gibt retro- und prospektive Studien, die aber relativ eindeutig sagen, ja, auch hier ist es wieder davon abhängig, wie lange nehme ich es an. Und ein Nachbrenneffekt quasi ist auch zu erwarten. Du senkst also auch dein Gebärmutter-Schleimhautkrebsrisiko. Dann können wir noch den Darmkrebs als letztes besprechen. Auch hier sehen die Daten so aus, als wenn du dein Darmkrebsrisiko senken kannst, durch Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln. Das hat man jetzt zuletzt auch nochmal bestätigt. Zusammenfassend kann man also sagen, ja, Brustkrebsrisiko kann geringgradig oder nicht erhöht sein durch Einnahme von der Pille oder auch anderen Verhütungsmitteln. Auch der Gebärmutterhalskrebs, das Risiko wird wahrscheinlich geringgradig erhöht. Dann gibt es ein paar positive Nachrichten mit dem Gebärmutter-Schleimhaut, mit dem Darmkrebs- und dem Eierstockkrebsrisiko, welches gesenkt wird. Wie hoch das individuelle Risiko jetzt letztendlich ist für die Patientin, die vor einem sitzt, muss natürlich face-to-face besprochen werden. Es gibt viele, viele Risikofaktoren für Brustkrebs, für Gebärmutter, Schleimhautkrebs etc. pp. Und wenn hier ein paar Komponenten dazukommen und das Thema Verhütung auf dem Tisch ist, da muss man natürlich individuell gucken, erhöhen wir hier das Risiko noch weiter oder haben wir eigentlich kein Basisrisiko und können hier gut mit hormonellen Verhütungsmitteln arbeiten, wenn das denn gewünscht und gewollt ist. Ist also jetzt keineswegs eine Grundlage zu sagen, oh, ich schütze mich jetzt vor Darmkrebs oder vor Eierstockkrebs und nehme deswegen eine Pille ein. Genauso wenig kann man jetzt sagen, okay, ich bin auf meine Pille angewiesen oder auf meine Hormonspirale, aus welchen Gründen auch immer, da jetzt von abzusehen, wenn du nicht sowieso ein erhöhtes Basisrisiko hast. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen aufschlauen. Wenn dich ein Thema interessiert, auch im Zusammenhang mit Pilleneinnahmen etc. Krebsrisiken, dann schreib es mir doch einfach in die Kommentare und dann kann ich es aufnehmen und beim nächsten Mal besprechen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und tschüssigowski.